ARD Text im Auftrag von Funk Ich glaube, es ist mit dieser Hohre-Frisur nicht gemut, Gott verdammt. Gleich habe ich mit der Frisur aufgegeben, ehrlich gesagt. Wieso? Ja, es ist einfach so, wie sie ist. Heute sind wir bei Track Nummer 6. Und ich sage völlig entschleunigt, Lebowski, einer meiner Lieblingsfilme. Und es ist eine Hommage... ...an die Langsamkeit. An dich. Herrlich. Ich liebe den Film und den Track, muss ich auch sagen. Ich glaube, was den Song speziell macht, ist, auch den gibt es nur einmal innerhalb von Blade-Kosmos. Er ist sehr Rap-lastig, sehr West-Coast-orientiert. Wir beide sind alte West-Coast-Fans. Und was ich besonders funny finde an dem Song, ist, dass du rapst. Ja, wenn ich gerne... Ich bin ein Rap-Fan. Das war ja im grossen Take. Hast du den reingenagelt? Wenn es ins Band war. Als es um meinen Part ging. Aber dein Part ist fett und ich höre ihn sehr gerne. Und es ist einer von diesen entschleunigten Songs, die einfach an einem Album, finde ich, wirklich gut klingt. Es ist ein absoluter Chiller-Song. Und ja, ich glaube, der kommt sehr gut in die Jogginghose auf dem Sofa. Oh, voll entspannt. Ich gehe so entspannt an. Und mache mir mein Handy um. Und gehe ich ganz entspannt an. Nimm einen Schluck und einen Moment zu. Ich gehe ganz entspannt an. Hey, hey, hey!